hey ich bin partykriegs freut mich dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zurück zu bellride bellride ja heute haben wir einen neuen zugang hier den lieben water cowboy freut mich da zu sein wir müssen dich einkleiden morgen geht hier die party ab wir haben nämlich hier so ein gambleson vorhin gerade entdeckt glaube ich bewusst einfacher genau 32 rüstung das geben ach so vielleicht sollte man das selber bauen wer vielleicht sonst würde bis morgen nichts drei line vier felfen federn 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 wir haben keine federn das geht sich bis morgen nicht mehr aus weißt du wo welche sind ungefähr müsste ich welche sind ja okay waffen hättest du hier noch zur verfügung dann kommt man natürlich nur hähnchen machen hast du köcher und feiler habe ich tatsächlich hier im lagen köcher müsste sie dir noch machen glaube ich den habe ich leider nicht vorsichtig feile sind hier oben in dem in dem anderen lager werkbank unten da musste zum werkzeugmacher gehen hier unten und da würde das ach so hinten ja genau hast du alles sonst bringe ich dir ein und einfache schnur brauche ich da ist es nicht aber ich konnte ja dann mal was snacken hier dann wäre ja vielleicht das buch doch gar nicht so falsch für mich das kann ich tatsächlich nicht nehmen okay naja gut ja ich kenne das problem fertig wenn du es dann bist ne ja ich mache ja gerade einen köcher hier ist noch so viel zu tun holzfällerlager vorstelle gerade das werden wir dann mal irgendwo anders platzieren wo noch bäume sind ja ja das ja das wäre dringend notwendig ja siehst du das habe ich in der aufnahme noch gar nicht erwähnt nix bäume wachsen nach die holzdinger wachsen nach und der rest noch nicht soll aber bald geändert werden deswegen habe ich jetzt mal meinen holzklotz weg gemacht da werden jetzt keine den brauchen wir nicht mehr aus stemmen holz machen ist verschwendung ich mache das jetzt alles bis holzfällerlager deswegen wäre ein größeres wo mehr als einer arbeiten kann natürlich besser ich weiß gar nicht wie viel dann in den nächsten dingen arbeiten können das weiß ich auch nicht am letzten müssen halt mehrere lager aufstellen das wäre auch eine option ja und mehr leute müssen halt noch dringend unten questen in fansworth dass man den gast wird kriegen für die speisekammer keller ach der ist in fansworth ja in fansworth ist er ich meine wir haben ihn reise dings gebaut aber da ist er kann sein dass man da welche in überproduktion haben bist du eher der fern oder der nahkämpfer zum anfang auf jeden fall eher fern hast du mehr optionen aufwärtslaufen später auf jeden fall keine tasche mehr da macht jetzt nix hast du feile ja ok ich hab 30 mit dann zeig mir mal wo hähnchen sind wo ist euer ich sehe es gerade nicht auf der karte euer ding reise dings ja mir nach ja das mit dem zaun ist noch suboptimal aber wohin müssen wir ja habt ihr gesehen am besten das unter reise schild 2 da ungefähr müssten eigentlich welche sein aber ich sehe gerade da sind im gegner doch da ist eins da ist eins ich hab's eigentlich okay so geht es natürlich auch und der feil ist größer als das huhn okay geil ja gut weiß ich nicht ob man das zweit machen sollte oder dahinten sind noch mehr hast du dafür eine quest kann das sein nicht dass ich wüsste was ist das dahinten laufen die hier an der straße rum oder wie meistens kreisen die da in der gegend ein bisschen rum naja opfergabe plündern das machen wir gerne ja kannst hast du von mir untersuchen quest angenommen doch ich hatte mal was ich weiß nicht ob ich es noch habe aber ich weiß dass da irgendwas in dem zusammenhang du siehst es im questbuch ja auch ich muss ehrlich sagen ich habe nur notwendige quests gemacht um die leute zu kriegen die ich brauchte wir haben da noch nicht so den fokus drauf gelegt ich kümmere mich darum da oben sind giganten ja da wollen wir nicht hin ja ich glaube das was wohl ist und zum weg da hinten sind nämlich immer die hühner sonst ich hätte machen wir es wo ist rudel weg haha ich weiß der war gut ja selbst in der ranz kann ich glaube ich beißen ja wir können es auch umgehen also kann uns auch einfach eine gute position stellen ja weiß nicht wie du das haben möchtest keine ahnung so weg machen müssen natürlich wir haben eine gute option meiner meinung nach dann kopfschüsse bitte der war gut voll kopfschuss was für ein kopfschuss aber hier oben kommen wir nicht hin naja du hast das auch so ja geil holen wir die anderen auch noch her wenn wir hier schon stehen wo sind nach da sind welche ich hab schon angeloppt also nein schiebt euch doch nicht gegenseitig weg so geht das easy man muss nur wissen wie die ne also noch mehr zwei stück sehe ich ja gut die natürlich fleisch und fälle ohne ende ist das geil so geil dass ich gleich mit der haxt ausholen muss ja ich hab's gut aber zum lück habe ich es nicht gemerkt aber das wusste aber gut dass wir es getestet haben jetzt wissen wir hier ist kein friendly feuer ja das hätte ich dir das hätte ich dir auch vorher schon sagen können und so das war mir schon schon los ja komm her headshot komm ne doch nicht ne doch nicht ah nein lauf doch nicht vor mir weg komm her ja ich und mit dem schwert umgehen ja ja das ist einfach nicht mein system ja schwert und schild hab ich auch noch nicht aus so wie also ein bisschen aber ja man muss es mögen es ist halt so kingdom come deliverance mäßig und das habe ich bei dem deswegen habe ich dieses spiel nicht mehr weiter gespielt weil ich bin da wahnsinnig geworden ja es sind noch mehr oder was ist denn hier mit den wölfen heute los vielleicht ist es wegen winter oder so ich weiß es nicht oder update ja entweder update oder vielleicht wollen wir auch im koop dann weiß ich nicht ne also selbst zu dritt haben wir so viele noch nicht gehabt also ich glaube auch dass du das mit den items was sie nicht verschwinden wieder eingekriegt haben weil ähm wir sind schon im singleplayer äh eber hörner und so abhanden gekommen deswegen äh das haben sie gefixt das war heute im update drin ja das ist hab ich tatsächlich gelesen da äh das wurde nämlich schon mehrfachs bemängelt dass da irgendwie Sachen die spawnen und so ja ähm ui mein Mann vom Teufel sprich mach ihn weg boah das Stachelschwein ja ja aber leider keiner keiner eberhörner dabei haue aber Chicken sieht hier nicht so chickig aus wie viele Federn brauchst du eigentlich äh 5 vereinen und ich hätte den erbauen noch nicht sonst ich hab jetzt 3 und mit 2 kann man auch einen machen also was niederes bist du immer noch besser ausgerüstet als ich aber ach rechts ist noch ein Eber welche sind doch sonst immer Hühner gewesen können natürlich jetzt sein dass es wegen Winter aber eigentlich ist das egal bei den Tieren glaube ich ja weil vorhin waren war ja auch eins da also warum vielleicht sieht man die jetzt nur schlechter ich weiß es nicht was ist mit ihm hier ja nicht mehr lange verkauft der Federn nein tut er nicht nicht das mit den Chickens ist ein Reinfall ja hier ist auch irgendwas hm hm dann machen wir dir jetzt ein ist ja wurscht aber ich weiß halt nicht bei den Hosen und so habe ich nicht geguckt aber ja dann gehen wir halt zurück ja ja bringt ja jetzt nix wir machen jetzt fett weckig dass wir für morgen gewappnet sind ja oder für heute inzwischen stimmt ja ja dann ist jetzt die Frage hoch runter runter ist leichter weil da ist wenigstens der Reisestein vielleicht finden wir ja noch eins ähm weiß auch gar nicht hier fliegen ja immer die Vögel rum wie man die runter holen soll das habe ich mir auch noch nicht rausgefunden ich meine ob man die überhaupt irgendwie abschießen kann achso ja das wäre natürlich aber das weißt du ey das ist ja wenn du das probierst hey du musst schon echt gut schießen können glaub ich ne nicht nur gut schießen können halt das ist dann schon eher Lackshot weil ich hab hast du schon mal einen wirklich über dir gesehen dass du von ihm schießen könntest nö also hier ist jetzt gerade einer ja aber der fliegt nicht gerade realistisch sagen wir es mal so hä ja du blöder Wolf ja du blöder Wolf der will Spaß ja 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 will er was ich mich frage ist wenn ich jetzt zurückreise und wieder herreise ob dieses eine Hühnchen dann wieder da ist ich glaub sie spawnen nach einer Weile wieder achso ok ich probier's jetzt trotzdem mal weil würd mich eben ja würd mich eben interessieren da ist ne Ziege ok aber ein Chicken ne läuft hier nicht rum naja gut war ein Versuch wert dann guck ich mal dass ich das jetzt irgendwie hoch herstellen kann ne und dann naja wo ist mein da so reisen schau mal mal was mit dir zaubern können das wäre Zauberhaft ja genau schön schlechte Wortspiele das mag ich gerne ja schlichte Wortspiele kann ich besonders gut das ist das freut mich so die Federn kann ich gleich mit dem Tal lassen das ist gerabbelt voll so das bringt mir jetzt auch nix schau mal mal was wir da brauchen ähm wir brauchen für den ja der geht sich nicht aus genau irgendwas mit drei zwei Leinen zwei Fälle eins zwei Leinen leine hier ich glaube ich brauche die Fälle so ich bin froh schau mal mal oh ja dann sei doch unzufrieden mein Gott wer ist denn? ne du doch nicht achso so ein verstärktes Hemd zaubern ne bessere Dose kann ich dir du hast auch noch keine Tasche ne? ich hab gar nix außer Küche hab ich gar nix ok ja ich schau mal dass ich dir hier was zusammen schuste die machen wir dir auch gleich noch Schuhe und Hemd wird geklöppelt da sind doch noch vier Federn was? hier im Lager sind noch vier Federn oh die hab ich nicht gesehen ne? dann kann ich mir ja vielleicht auch einen besseren machen ja das wäre 23 und der den du kriegst ist 29 Rüstung also ist ja dein guter Deal würde ich sagen ja und ne Stadthose ist hier noch aber ich glaub das ist meine besser Hose kann ich eine mit 12 machen da brauche ich Fell und einfache Schnur musst du mal gucken ob haben wir kann ich auch wie viele brauche ich Schnüre? äh Schnüre vier und Fell die braunen nicht die weißen die braunen wo sind sie das ist die Wanderer Hose äh was? auch vier Fälle ne 3 so Schuhe mach ich dir Jacke mach ich dir du brauchst da nur Handschuhe in Benutzung was so geht nicht weil ok ja gut aber einen Winterumhang haben wir noch im im Lager drin im Großen glaube ich ja hab ich schon an warte ach ich seh ja jetzt seh ich's ja gut der dauert einen Augenblick hier ne ja so blöd dass man sich nicht mit mehr anstellen kann aber mehr ja baut man halt mehr ne aber das die Situation ist noch nicht aufgekommen ja ach ne hast du die Trifo die hattest ja doch eine Trifoe aufgestellt ne ja kann man die wieder abholen ne abreißen ja dann kriegt man sie aber nur die paar Einzelzelle wieder ne mhm man kriegt nicht das Gesamt also es ist wirklich eigentlich also bei größeren Gebäuden ist mir aufgefallen wirklich nur ein Bruchteil wieder ja 30% maxima oder sowas ja ja das ist ja hier sehr lustig ein neuer Tag bricht an naja so schnell geht das ja ja gut wenn man auf Hühnerjagd geht ne ja haben wir jetzt nur eins gefunden aber besser als keins hätten wir gar nicht gemusst davon abgesehen ja aber so kann ich mir ja jetzt auch eine machen also ich ich finde es nicht schlecht sagen es mal so ja ja bald Verbände kannst du dir schon mal aus dem Lager schnappen mhm 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 da sollten eigentlich immer welche vorredig sein normal ja es dauert eh noch bis die kommen ja vor 12 passiert da eh nie was na ja weil selbst wenn das angezeigt wird sind die noch ewig auf dem Weg also ja ja wir sollten sie ja auch auf dem Weg am besten glaube ich abfangen ja also wir fangen sie eigentlich immer so ein Stück vor der Siedlung ab da ist so eine T-Kreuzung und da ist genug Platz also dafür du willst ja Fernkampf machen oder ja ich meine Nahkämpfer haben wir eh genug das sind alle wir nehmen alle unsere Geronimo's mit mir also dir bleibt das gern überlassen was du tust ne mach ich nämlich äh auch Nahkämpfer hier habe ich 3 Schöne äh weil ja ich glaube es ist am besten taktisch wenn äh ich oder halt ein anderer äh du quasi die Blocks und die anderen von hinten drauf schießen mit Pfeilen und Bogen ja aber nicht jeder von uns hat Bogen schießen hier von den die sind eh so leicht und jetzt haben wir ich will ja unsere neuen Kämpfer mal ausprobieren da habe ich ja Bock drauf ja ja aber die Blocken halt nicht vernünftig ne ich auch nicht also ihr hattet zwar achso ihr hattet ja einen Atemstrenger achso schuhe werdet fertig habt ihr noch Verpflegungen anderer nur das was da irgendwo im Lager rumdümpelt oder auf dem Grill vorne ok dann hoffen wir also verdorbenes Essen ja weil das ja das das ist das Problem deswegen brauchen wir den Speisekeller weil es wird uns einfach alles schlecht ja oder einen der permanent kochen kann oder gut kochen kann macht machen sie ja sie kochen ja permanent das was ihr am Fleisch habt ist ja von eben gerade erst naja irgendwie sind hier nur verbrannte Pilze aber ja ja aber vorhin war Süppchen und Fleisch da das hatte ich mir reingelötet aber davon ist natürlich jetzt auch nichts mehr vorhanden äh wie hieß der Ort? Fernwurst ne? Sagtest du? haben wir da schon Quest sehen, ne? äh ich musste mal im Quest-Log gucken ob wir noch welche offen haben ich glaube nämlich nicht die haben ja zuletzt alle gemacht da müssen wir mal gucken ob wir noch neue haben beziehungsweise den Glockenturm da bauen hier die Dorfglocke ja ja bauen kannst du so forschen musst du so halt haben wir es noch nicht erforscht das weiß ich nicht ich glaube schon kannst du so kannst du ja erst wenn du kannst du ja nur in anderen Dörfern die Glocke bauen genau genau so oh fertig endlich das waren die längsten drei Minuten überhaupt äh warte äh soll es dir hinschmeißen oder geben oder oh was hast denn du für ein Schwert das was du hier drinnen hattest so das ist schon ein besseres nämlich äh oder ne das ist ne achso okay das ist ein ein Sachs glaube ich was du hast ja eine Nummer besser als dieses äh Ronde oder wie es da heißt ja ja der Pommes-Pixer halt achso und den Restrüstung machst eh du dir selber oder im Bus ja ich glaube für die Gegner jetzt das ist auch nicht unbedingt notwendig äh so Hand von Schnüre wo wirst du Fäustlinge wo wirst du Haare Handwand das ist okay das war ich die ersten so 2 1 2 und dann 1 2 und 2 3 so okay also ich hab ja nur äh verbrannt der Pilz so okay fahren zu was haben wir da noch was ahja hier Stoffkircher und Eibenkurzbogen das geht aber nicht dafür brauchst du nämlich ein Zimmermann glaube ich damit du die Eibenbögen machen kannst das okay wir finden wir den das ist dein erstes wir geben ihm zu helfen die Menschenhofer warum ich will ne sonst haben wir da unten jetzt gerade nichts wenn wir erstmal andere dann wird irgendeine Quest wieder dahin führen ja wobei die Frage halt ist er sagt ja immer es tauchen neue Quests auf ja ich werde mal ich werde mal nach Farnsworth gehen mal gucken ob da neue Quests offen sind und dann wärme das ja mal ich hoffe und vor allen Dingen kann ich das mit dem Glockenturm dann mal gucken ne ja da habe ich den tatsächlich noch nicht erforscht ne sieht nicht so aus warte mal Glöckchen Glöckchen ne den habe ich noch nicht erforscht ok ja gut auch nicht so schlimm auch nicht so schlimm hattet ihr die Quests noch nicht hier oh Gott gehen wir aber noch hin das sieht hier schlecht aus er will noch was aber er sagt ihr äh ok ne schwarz was ne achso Blackridge Pool wahrscheinlich meint er ne die Quests für nicht von Dorf zu Dorf ja ja ich habe schon gesehen er will dass ich da mal hin Juckl aber der Schnellreisepunkt ist grad belegt da zieht irgendwas vorbei oder 200 Volt Rudel das kann natürlich auch sein ne ja das aha ich kann die robuste Hauge nicht fahren weil äh brauchst du nur für zwei Herstellungen äh die halb ich ja noch nicht äh soll ich ich komm zurück ich kann dir die gerne machen wenn du willst das oder gibst dir ins Autocrafting geht auch ja machst halt eine rein und ein braucht die ne Feder ne ne ich hab alles ich kann das nicht reinpacken ok ja einmalig achso du musst es in packst einfach ins Lager die holen sie es eh von alleine ja hast du ne andere Hose auch schon du hast mir eine gegeben ja oder ne 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 ja warte ich mach ne Wanderhose noch rein ein verstärktes Hemd eine Tasche mach ich dir noch mit rein das verstärkte Hemd ist dann für mich robuste Handschuhe Speerstiefel auch nochmal so erst eine Haube und das kurbeln wir jetzt mal hoch so was ist hier hinten jetzt mit dem Holzfäller Lager wie weit bist du 77% das ist schlecht das hast du schon das hast du schon so naja geräuchertes Fleisch das wäre super wenn ihr das mal fertig macht ihr Dullis was was noch bringst du ihm jetzt das Zeug oder was was ich guck nur wie sieht deine Rüstung eigentlich aus das ist ja naja nett ja das kann man machen ne ne du hast schon ne Nummer besser mhm so so einfach geht das ne so